Woher kommen wir? Was sollen wir tun? Was geschieht nach unserem Tod? Diese universellen Fragen stellt sich die Menschheitsgeschichte quasi schon immer. Und die Antworten darauf fand die Menschheit in verschiedenen von Menschen erfundenen Sägen. In den verschiedenen Religionen. Gläubige tun das noch heute. Und selbst wenn du keiner Religion angehörst, kann es sein, dass du nicht religiös, aber spirituell bist. Spoiler, auch das ist Bullshit. Du bist skeptisch? Dann bleib dran. Hier kommt alle Weltreligionen inklusive Spiritualität erklärt. Der Titel ist ganz schön anspruchsvoll und das Video dafür gar nicht so lang geworden. Du bekommst ja nun einen kurzen, wertfreien Überblick über alle Weltreligionen. Also Christentum, Islam, Judentum, Hinduismus und Buddhismus. Zur Vollständigkeit sprechen wir auch über Atheismus und Spiritualität. Auch wenn Atheismus sicher keine und Spiritualität eher keine Religion ist. Disclaimer. Wenn euch Glaube und Religion aus atheistischer Perspektive interessiert, dann solltet ihr jetzt diesen Kanal abonnieren. Alle folgenden Infos sind nach meinem besten Wissen und Gewissen korrekt. Vollständig und nuanciert kann ein so kurzes Video über komplexe Religionen aber selbstverständlich nicht sein. Mit den Timestamps könnt ihr je nach Interesse zwischen den Religionen vor- und zurückspringen. Erstens Atheismus. Wer behauptet, Atheismus sei eine Religion, der hat den Begriff nicht verstanden. Atheismus ist einfach nur das Gegenteil von Theismus. Und Theismus bezeichnet den Glauben an einen oder mehrere Gottheiten. Die Begrifflichkeiten sind wie folgt. Wenn du an mehrere Götter glaubst, dann bist du ein Polytheist, weil Polygriechisch viel. Wenn du an einen Gott glaubst, dann bist du Monotheist, weil Mono griechisch Einer. Wenn du an keinen Gott glaubst, dann bist du Atheist. A bedeutet im Griechischen ohne. Das Klischee, dass Atheisten sehr stark auf die Wissenschaft vertrauen oder die Vorstellung haben, dass alles nur aus Materie besteht, hat natürlich einen wahren Kern. Allerdings leitet sich das nicht notwendigerweise davon ab, dass man die Frage Glaubst du an einen Gott? mit Nein beantwortet. Viele AfD-Wähler fahren Opel mit einem bösen Onkelsaufkleber auf der Heckscheibe. Das hängt aber auch nicht zwingend mit der Partei zusammen. Was für ein Weltbild ein Atheist aber genau hat, ist sehr individuell. Das absolut Einzige, was alle Atheisten zwingend gemeinsam haben, ist, dass sie eine Gottesvorstellung ablehnen. Und das kann verschiedene Grade der Ausprägung haben. Entsprechend gibt es manche Atheisten, die meinen zu wissen, dass es keinen Gott gibt. Viel häufiger sind sie aber nicht überzeugt davon, dass es einen Gott gibt. Aber bei Skeptik, Atheismus bedeutet... Nein, Gott, bitte, nein, nein! Wir machen das jetzt nicht. Spar dir also den Kommentar, der mir etwas über den ursprünglichen Atheismusbegriff oder Agnostizismus erklären soll. Schau dir lieber hier mein allererstes und schlecht produziertes Video ever zum Thema Atheismus erklärt an. Dort behandle ich diese Themen ausführlich. Zweitens Spiritualität. Zumindest in der westlichen Welt wird der Anteil an Menschen, die konfessionslos sind, also keiner Religion angehören und somit an keinen Gott glauben, immer größer. Wir ignorieren hier mal die Gläubigen, die eigentlich weiterhin gläubig bleiben, aber die entsprechende Institution verlassen. Zum Beispiel Christen, die aus der Kirche austreten, wegen Typen wie ihm hier. Dass ich jetzt vor einiger Zeit einen Jungen getauft und gefirmt habe. Wir sprechen jetzt also von Menschen, die wirklich nicht an Gott glauben. Auch Atheisten können spirituell sein, je nachdem, wie man Spiritualität definiert. Religion ist automatisch spirituell. Das Übernatürliche oder Größere, an das man glaubt, ist dann Gott. Wenn man also etwas sagt wie, ich bin nicht religiös, aber ich bin spirituell, dann denke ich nicht nur, sondern frage mich auch, was das bedeuten soll, denn die Grenzen verschwimmen. Man meint damit aber immer irgendetwas Übernatürliches, nur eben ohne eine konkrete Religion. An dieser Stelle gibt es dann aber auch schon Schnittmengen zur Esoterik, die aber vom Begriff her eher negativ behaftet ist. Mindestens einer der folgenden zehn Punkte ist bei Menschen erfüllt, die sich als spirituell betrachten. Erstens, man bezeichnet sich selbst als spirituell oder esoterisch. Zweitens, man glaubt an etwas Übernatürliches wie Gott. Das ist dann eher konkret. Drittens, man glaubt an etwas Größeres wie das Universum, also etwas eher Unkonkretes. Viertens, man glaubt an etwas außerhalb der physischen Realität. Fünftens, man schreibt Dingen Potenziale zu, die nicht wissenschaftlich verifizierbar sind. Sechstens, man sucht nach dem Sinn des Lebens oder nach Erleuchtung. Siebtens, man strebt nach inneren Frieden, Balance oder persönlicher Entfaltung. Achtens, man strebt nach der Verbindung zu etwas Höheren. Neuntens, man sucht spirituelle Erfahrungen durch Meditation, Substanzen oder auch religiöse Rituale. Das ist meine Liste und vielleicht habe ich auch etwas vergessen, aber ihr versteht die Richtung. Je mehr diese Punkte auf dich zutreffen, desto spiritueller bist du. Wenn alles auf dich zutrifft, bist du auch esoterisch. Das zeigt, jeder Esoteriker ist spirituell. Nicht jeder Spirituelle ist Esoteriker und nicht alle Spirituellen sind gleich spirituell. Man sucht sich halt am riesigen Buffet das raus, was man glauben möchte. Und damit sind wir beim Sponsor dieses Videos. Readly. Ich bin super froh, dass meine Partnerschaft mit Readly weitergeht. Denn ich nutze die App selbst und kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Denn sie hilft mir jeden Tag, genau das rauszusuchen, was mir gefällt und was mich unterhält. Readly ist Deutschlands größter digitaler Kiosk. Das heißt, mit einem monatlich kündbaren Abo erhaltet ihr unbegrenzten Zugang zu über 7000 Magazinen und Zeitungen. Wenn ihr also weit gefächerte Interessen habt, so wie ich, könnt ihr damit alles auf einen Schlag abdecken. Denn auch bei Medien ist es wie bei Religionen und Spiritualität. Es gibt eine ganz schön große Auswahl an Dingen, die in Frage kommen. Früher musste ich mir meine Tageszeitungen, Wochenzeitungen oder Magazine mühsam zusammensuchen oder einzelne Abos abschließen. Jetzt öffne ich einfach die Readly App auf meinem Smartphone und habe alles an einem Platz. Und auch wenn ich mal kein Internet habe, wie zum Beispiel bei jeder Bahnfahrt oder im Flieger, nutze ich einfach die Offline-Funktion und lese meine gespeicherten Titel. Es ist auch ganz egal, welche bestimmten Interessen ihr habt. Readly deckt dabei so gut wie alles ab und ihr könnt aus einer riesengroßen Auswahl genau das heraussuchen, was euch interessiert. Selbst wenn ihr abgefahrene Interessen habt, werdet ihr bestimmt fündig. Ich zum Beispiel lese als Schachspieler gerne das American Chess Magazine. Schach ist jetzt nicht so dafür bekannt, dass es ultra viele Medien gibt, die darüber qualitativ hochwertig berichten. Aber Readly hat sowas natürlich auch im Programm. Wenn ihr also das beste Buffet sucht, euren Medienkonsum, so weiter, dann klickt auf meinen Link und nutzt zwei Monate Readly für nur 1,99 Euro. Das Abo ist natürlich jederzeit kündbar. Wir werden gleich Parallelen zum Buddhismus sehen. Spiritualität heftet sich aber an keine religiösen Rahmenbedingungen. Im Gegensatz zu Religionen, in denen man sich unterwirft oder auf gewisse Weise beschränkt, geht es bei moderner Spiritualität um die eigene Entfaltung und Selbstbestätigung. Was ist das Problem an Spiritualität? Es wurden noch keine Kriege deswegen geführt und es jagt sich auch niemand im Namen von Yoga oder Tarotkarten in die Luft. Aber Spiritualität rechtfertigt Irrationales, also nicht verifizierbares oder falsifizierbares Denken. Wer Spiritualität, ob nun religiös oder nicht, legitimiert, der hat keine argumentative Grundlage, irgendetwas Übernatürliches als Humbug abzutun. Damit meine ich, dass die Grenzen komplett willkürlich sind. Für die einen sind Energieströme real, Horoskope aber nicht. Der Nächste legt Tarotkarten, Homöopathie findet er aber komisch. Sie glaubt, Hand auflegen funktioniert, aber beten ist Bullshit. Pippi Langstrumpf lässt grüßen. Und wenn deine persönliche Spiritualität legitim sein soll, dann gilt das auch für jede andere. Egal wie absurd oder gar gefährlich sie ist. Ich habe mal gelesen, Spiritualität ist das WLAN der Sinnsuchenden. Es ist zwar unsichtbar, aber es verbindet dich mit dem, was du willst. Die Analogie scheitert aber im Endeffekt, weil wir im Falle des WLANs nachweisen können, dass es a. wirklich eine Verbindung gibt und b. diese Verbindung irgendwo hinführt, nämlich ins Internet. Such dir jetzt etwas aus, das dich spirituell überzeugt. Ob du denkst, dein Schicksal durch Manifestationen zu beeinflussen oder ob du an Horoskope glaubst oder oder oder. Diese Dinge sind alle genau gleich unbelegt wie die Vorstellung, dass man durch Homöopathie Krebs heilen kann. Wir sind uns hoffentlich einig, dass das eine ganz schlechte Idee ist. Aber wie kann man gegen solche Ideen argumentieren, wenn man sich selber einfach raussucht, was man glauben möchte? Das ist der abschließende Satz zum Thema. Indem wir jeden religiösen Rahmen und damit jedes Regelwerk verlassen, Spiritualität aber nicht aufgeben wollen und mitnehmen auf dem Pfad der freien Entfaltung, landen wir in einem Sammelsurium an wirren Ideen, die nur ein Ziel haben. Unsere individuelle hedonistische Befriedigung, ohne jegliche Abstriche. Drittens, Buddhismus. Zahlen und Fakten. Der Buddhismus ist etwa 2500 bis 2600 Jahre alt und mit etwa 500 Millionen Gläubigen, vor allem in China, Japan und Südostasien verbreitet. Im Buddhismus gibt es keine Götter im klassischen Sinne. Er ist eher eine philosophische und spirituelle Lehre. Wichtige Figuren. Der Buddhismus geht auf Siddhartha Gautama zurück, der Buddha, den ich sicher falsch ausgesprochen habe. Und so geht es weiter. Buddha bedeutet erleuchtet und daher gibt es nicht den einen Buddha, sondern in Siddhartha höchstens den ersten Buddha. Lehre und zentrale Begriffe. Im Prinzip besagt der Buddhismus, dass Leben Leiden ist. Und die Quelle für das Leiden sind hauptsächlich Wünsche bzw. Begehren unseres Egos. Je mehr wir uns davon freimachen, desto besser. Und das Endziel dieser vier edlen Wahrheiten ist das Nirvana. Dieses Konzept ist sehr ähnlich zum hinduistischen Moksha, dazu später mehr. Also das Verlassen der Samsara, also dem ewigen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt. Um das zu erreichen, folgen Buddhisten dem achtfachen Pfad, der das rechte Verständnis, die rechte Absicht, das rechte Sprechen, das rechte Handeln, die rechte Lebensweise, die rechte Anstrengung, die rechte Aufmerksamkeit und die rechte Konzentration umfasst. Ihr seht hier auch Parallelen zur Spiritualität. Der große Unterschied liegt in der Auflösung des Egos statt der Selbstbestätigung. Viertens, Hinduismus. Zahlen und Fakten. Hier sind wir bei der ältesten der Weltreligionen. Sie ist ungefähr 4000 Jahre alt und je nach Quelle gehen wir von ungefähr einer bis 1,2 Milliarden Anhänger des Hinduismus aus. Damit ist sie nach dem Christentum und dem Islam die drittgrößte der Weltreligionen und ist hauptsächlich in Indien zu finden. Art der Religion. Mehr aber als in allen anderen Weltreligionen ist es aber eigentlich unklar, ob man wirklich von einer Religion sprechen kann. Denn es gibt nicht den einen Gott, an den geglaubt wird. Es macht also mehr Sinn, beim Hinduismus an eine Art Polytheismus zu denken. Anders als beim Monotheismus gibt es viele verschiedene Götter, aber auch Glaubensrichtungen und Traditionen. Daher ist polytheistisch als Begriff auch nicht ganz treffend. Götter und wichtige Figuren. Es gibt hier keinen zentralen Religionsstifter. Was das ist, werden wir in anderen Kapiteln noch behandeln. Es gibt viele Millionen verschiedener Götter, die durch unterschiedliche Traditionen verehrt werden. Trotzdem glauben alle Hindus, dass alles eins ist und sich Gottheiten durch verschiedene Idole repräsentieren lassen. Man kann sich also eigentlich aussuchen, woran man glaubt, aber für die meisten Hindus sind drei Götter zentral. Brahma, der Erschaffer von allem. Vishnu, der Bekämpfer des Bösen. Und Shiva steht für Zerstörung und Neuanfang. Lehre und zentrale Begriffe. Im Hinduismus gibt es auch keinen Katalog von Regeln, die man befolgen muss. Denn es gibt viele Wege, Gott zu erfahren. Im Kern geht es im Hinduismus darum, ein gutes Leben zu führen. Dafür erhält man dann Karma. Wenn es gut läuft, wird man als Mensch in einer höheren Kaste wiedergeboren. Wenn es schlecht läuft, kommt man als Tier oder sogar Pflanze zurück. Das ist also sowas wie Auf- und Abstieg in der Bundesliga. Daher ist klar, dass Hertha BSC zweiklassisch spielt. Das Endziel ist aber, dem Zirkel von Karma und Reinkarnation, den man Samsara nennt, zu entkommen. Also gar nicht mehr wiedergeboren zu werden. Das nennt sich dann Moksha und ist eine Art Zustand vollständiger Zufriedenheit und Glück. Es ist die Verbindung zum Göttlichen und wie eine Art Erlösung zu verstehen. Fünftens Judentum. Zahlen und Fakten. Das Judentum ist mit einer 3500 Jahre alten Geschichte die zweitälteste Weltreligion und Vorläufer des Christentums und des Islams. Auch deshalb wird sie überhaupt durch den zugegeben unscharfen Begriff Weltreligion bezeichnet. Obwohl sie mit Abstand die kleinste Glaubensgemeinschaft darstellt. Weltweit gibt es etwa 15 Millionen Juden, hauptsächlich in Israel und den USA. Art der Religion. Das Judentum ist eindeutig monotheistisch. Es gibt nämlich nur ein Gott, den Schöpfer von allem. Das ist der Gott Jahwe. Obwohl Juden diesen Namen nicht verwenden, sondern eher Adonai sagen. Götter und wichtige Figuren. Das Judentum gehört zu den sogenannten abrahamitischen Religionen. Weil Abraham der erste Prophet war, der an diesen einen Gott geglaubt und seine Lehren verbreitet hat. Außerdem ist Moses wichtig. Warum, lernen wir gleich. Zudem glauben die Juden an einen Erlöser. Ein Messias, der noch kommen soll. Deshalb ist das für sie nicht Jesus Christus. Weil das Paradies auf Erden noch nicht hier ist. Lehre und zentrale Begriffe. Für die Juden dreht sich alles um die Beziehung zu Gott. Die Juden glauben, dass sie von Gott gewählt wurden, um den Menschen zu zeigen, wie man ein gutes Leben führt. Wie das gehen soll, steht in der Tora. Das sind essentiell die fünf Bücher Mose. Also das alte Testament der Bibel. Deswegen gilt Moses auch als Religionsstifter für das Judentum. Die Zusammensetzung der Regeln und Bräuche des Judentums ist kompliziert, weil sie teilweise mündlich und teilweise schriftlich überliefert und befolgt wird. Alle gesammelten Schriften befinden sich aber im Talmud. Das ist die jüdische Bibel. Und daraus leiten sich auch verschiedene Bräuche ab. Wie das koschere Essen, die Bar Mitzvah, das Fest Jom Kippur, der Sabbat und so weiter. Sechstens, Christentum. Zahlen und Fakten. Das Christentum entstand vor etwa 2000 Jahren im Nahen Osten und hat heute weltweit rund 2,3 Milliarden Gläubige. Und ist damit die größte Religion von allen. Art der Religion. Wir haben es auch hier mit einer monotheistischen Religion zu tun. Es gibt also nur einen Gott. Dieser ist wiederum der abrahamitische Gott und wird als Jahwe bezeichnet. Deswegen ist es eine monotheistische, abrahamitische Religion, die auf dem Alten Testament beruht und dessen Gottesbild nicht jeder Ideal findet. Die christliche Bibel besteht aber nicht nur aus dem Alten Testament, sondern auch aus dem Neuen Testament, in dem das Leben und die Lehren Jesus Christus dokumentiert sind. Götter und wichtige Figuren. Die zentrale Figur als Religionsstifter ist Jesus Christus. Er ist einerseits vollständig ein Mensch, wie du und ich, aber gleichzeitig auch vollständig Gott selbst und zusätzlich sein Sohn. Deswegen kann auch nur er die Lücke von uns sündhaften Menschen zum perfekten Gott schließen, weil er beides ist. Es wird aber noch verwirrender, weil es im Christentum eine Trinität gibt, eine Dreifaltigkeit aus Jahwe, Jesus Christus und dem Heiligen Geist, die aber wiederum alle eins sind. Christen sind jedenfalls in ihrem Glauben durch den Heiligen Geist verbunden. Lehre und zentrale Begriffe. Gott ist als Jesus Christus auf die Erde gekommen, um für unsere Sünden zu sterben und danach wieder aufzuerstehen. Deswegen müssen wir gar nicht gut genug für Gott sein, denn Jesus hat sich bereits für uns alle geopfert und wird dann irgendwann wiederkommen, die Toten auferstehen lassen, das jüngste Gericht abhalten und den Himmel auf Erden erschaffen. Siebtens Islam. Zahlen und Fakten. Der Islam ist zwar erst ungefähr 1400 Jahre alt und damit die jüngste, mit circa 1,9 Milliarden Gläubigen im arabischen und nordafrikanischen Raum, aber die zweitgrößte und mit Abstand am schnellsten wachsende der Weltreligion. Art der Religion. Der Islam kennt nur einen Gott und ist also monotheistisch. Muslime nennen ihren abrahamitischen Gott Allah. Und für viele Muslime ist Allah prinzipiell der gleiche Gott, an den auch Juden und Christen glauben. Oder zumindest haben alle drei Gottesvorstellungen die gleichen Wurzeln. Götter und wichtige Figuren. Für Muslime ist der Prophet Mohammed zentral. Nach ihrer Vorstellung hat er eine ähnliche Rolle wie Moses im Judentum und Jesus im Christentum. Beide haben im Alten Testament und in den Evangelien das Wort Gottes überbracht. Allerdings wurden diese mit der Zeit verfälscht. Mohammed wurde das Wort Gottes durch den Erzengel Gabriel als Mittler überbracht. Diese Lehren wurden später dann im Koran zusammengeführt. Entsprechend glauben Muslime, dass der Koran das unveränderliche Wort Gottes und somit perfekt ist. Deshalb ist Mohammed als letzter vollkommener Prophet für den Islam religionsstiftend. Lehre und zentrale Begriffe. Muslime glauben an einen einzigen allmächtigen Gott, der alle Menschen auferstehen lassen wird und beim jüngsten Gericht darüber urteilt, ob sie ins Paradies oder in die Hölle kommen. Je nachdem, ob du ein guter Mensch warst oder nicht. Der jüngste Tag sieht also ähnlich aus wie im Christentum. Um ins Paradies zu gelangen, folgen Muslime dem Koran, der Sunna mit den Überlieferungen und Handlungen des Propheten und den fünf Säulen des Islam. Bestehend aus Glaubensbekenntnis, Gebet, Almosenabgabe, Fasten im Ramadan und der Pilgerfahrt nach Mekka. Das Ziel ist, sich Allah ideal zu unterwerfen. Denn Islam bedeutet wörtlich Unterwerfung. Achtens Fazit. Das war ein Überblick zu den weltweit wichtigsten Glaubensrichtungen. Dass ich dabei so auf der Spiritualität rumgehackt habe, vermittelt vielleicht ein etwas falsches Bild. Denn streng genommen bin ich auch ein bisschen spirituell. Ich meditiere zum Beispiel und bin auch überzeugt, dass alles irgendwie energetisch miteinander verbunden ist. Das macht aber auch physikalisch irgendwie Sinn. Denn wir Menschen bestehen zum Beispiel aus fucking Sternenstaub. Das will heißen, mein Weltbild ist auch nicht zwingend perfekt rational. Ich finde es aber wichtig, unsere Grundannahmen, ob religiös oder nicht, abzuprüfen und zu hinterfragen. Denn sie beeinflussen maßgeblich, was und vor allem wie wir denken. Ich bin Bioskeptik und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr BS in diesem Video gefunden habt, dann lasst es mich wissen. Denn nur durchs Miteinander sprechen kommen wir weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo und folgt mir auch auf Instagram. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und folgt mir auch auf Instagram.